Grüß dich und willkommen zu einer sehr kurzen Top-Herausforderung in Blutstädter 6 am 14.06.2023 auf der Karte Finstere Burg. Schwierigkeitsstufe leicht und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren, hast 9.200 Startgeld, ein Startleben, das ganze Spiel zieht sich in Runde 40 ab. Hier kommt ja der Morb und alle Blunts sind hier getarnt. Okay, los geht's! So, du brauchst hier einen Sniper und der kommt hier an diese Stelle schön nach oben auf die Mauer und dann bekommt er als Verbesserung 0, 2 und 1, 2, 3, 4 auf der letzten Reihe. Und dann ganz wichtig, musst du noch diese Bäume hier fällen, damit unser Sniper hier schon direkt zu Beginn feuern und den Morb zum Platzen bringen kann. So, dann kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommt der Morb, dann die ganzen Blunts, die da hinterher kommen, sind getarnt, aber unser Sniper regelt mit seinem Schnellfeuer-Scharfschützengewehr. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Hafendollar und ein Totem. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus! Bis zum nächsten Mal.